Er ist heil angekommen, unser Osterhase. Die Ohren sind das Beste. Oh, das riecht aber. Weiß ab, los. Nee, nicht abweißen. Ich hab Angst. Ja, versuch's irgendwie. Ja, ja. Es geht nicht. Okay, dann nimm doch mal die Kamera. Okay, jetzt kommt die brutale Variante. Aber nur die Ohren, nur die Ohren, der Dress kann man danach. Ey! Jetzt wird es los. Und damit herzlich willkommen aus dem Heidepark, Christoph. Alles klar, acht, acht, zehn, drei, acht, vier, drei, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Jawohl, wie wir sagen, 2017 beginnt. Ich wünsche euch einen richtig geilen Tag im Heidepark. Und vielen, 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 vielen Dank. Ja, erst mal zu Ghostbusters, ne? Gucken, was da abgeht. Nix. Schokolade. Also, wie man sieht, läuft unser Schokolade sehr gut. Könnten wir fast ein Geschäft im Augenblick. Ja, ganz wichtig. Also, wir sind in dieser Zeit im Augenblick. Das ist ein Geschäft! Wir haben erst. Ja, das ist ein Geschäft. Wir haben erst. Ja, das war erst. Schokolade. Ungeheuer. Ja! Ich arme, ja! Und ich bin, ja. Ja, wir stehen gerade bei Flug der Dämonen an und haben gerade gesehen, dass die Bobbahn auf dem Lift stillsteht. Mitleidend. Was reinkommt? Leider immer zu stehen, ne? Du beginnst zu zählen. Das Scream ist so geil. Ja, die beste Attraktion im Haideport. Aktuell. Das wird, glaube ich, auch so bleiben. Danke. Mit steht an für die Bobbahn und jemand hat Kekse ausgepackt. Yummy! Ich bin dran. Es ist schon mal ziemlich kalt, oder? Ja, klar. Also ich weiss, ob der Terra jetzt nicht läuft, kann recht nicht, der Tag, kann ich sehen. Cool! Ja! 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 Ich habe mich gerade selber gehauen. Wir laufen jetzt gerade auf Kolossos zu. Kolossos! Irgendwie scheint es nicht zu fahren. Irgendwas ist da. Das ist wie Kern an gestern. Mein Herz bricht beim Anblick. Das versaut mir echt den Tag. Die ersten Showstalker stehen bereits an. In zweieinhalb Stunden beginnt die Show. Was? So Matthias, was steht auf dem Plan? Wir setzen uns jetzt zu den Showstalkern zweieinhalb Stunden auf den Boden vom Zelt. Ich muss sagen, ich habe... Nein, mache ich nicht. Aber ich habe heute nicht so die typische Heidepark-Motivation, und die sonst auch. Ja, es ist halt ohne Kolossos und ohne Neuheit. Ah ja, das wird es sein. Matthias stellt uns hier gerade seinen neuesten Dance-Move vor. Ich fühle mich der Bahn auch nicht gerade, wenn sie das so... Ich fühle mich gerade so an den Ortenzauern damals. So von Nemesis standen. Oh, da war ich nicht mitfahren. So, Grottenblitz ist zu, weil es nicht... Echt jetzt? Äh, ja. Okay. Ah, hier tatsächlich? Ja. Ja, aber wir machen das eh was Besseres. Ja, wir haben jetzt neue Toiletten hier gerne redet. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an. Wollen Sie ein bisschen mehr rum? Ja. Oha. Ist gerade ernsthaft die Türklinke abgefallen? Ist gerade die Türklinke abgefallen? Kommen wir jetzt noch raus? Ja. Ah, ja, wir kommen. Wir sind gerade mit defekten Desert Race gefahren. Es hat ein bisschen... ...gemacht während der Bahn. Ja, naja, passiert mal. Wir wollten jetzt anderen Leuten aber den Spaß nicht verderben, haben nichts gesagt. War das jetzt unverantwortlich von uns? Nö. Nicht unser Problem. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal Ghostbusters stalken. Mal gucken, was da so abgeht. Also nix, ja. Aber wir gucken trotzdem mal. Der Aufgang, ne? Warum machen wir kurz noch nicht? Ich gebe dir 2 Cent, wenn du dich traust, da aufzumachen. Ja. Ja. So, hinter mir ist gerade der Eingang von Ghostbusters zu sehen. Wir haben uns das jetzt schon mal ein bisschen angeguckt von außen und es sieht eigentlich ganz cool aus. Man könnte denken, da ist was Gutes drin. Aber wir warten mal ab und wir werden wahrscheinlich am Freitag das austesten, wenn es denn auf ist. Und dann kommt bestimmt nochmal ein Video, ein kürzeres. Aber es kommt noch mal eins. So, wir haben keine Passfotos hier. Kommt noch gleich dann mit der Kamera sehen? Da vorne ist eine Drachenhöhle. Lasst uns dort mal schauen. Wir sind auch keine Fräuse. Ist einfach ausgeschnitten, ne? So, jetzt fahrt ich hier in die Drachenhöhle rein. Oh, oh. Das war ein bisschen nass gerade, aber... Hier fehlt doch ein Animatronic. Ja, hier fehlt ein Animatronic. Oh, 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 oh. Ja, hier ist es. Tageslicht. Ja, die Show war super. Ja, war eine schöne Show wieder. So besser als im Hansapark, ne? Auf jeden Fall. Und zwar die alten Künstler, aber man merkt, sie steigern sich. Und die Show hat auch eine schöne kleine Geschichte dabei. Tolle Effekte. Hat mir gefallen. Ja. Ja. Wir werden von Heide Park gezwungen, Sport zu machen. Wir müssen jetzt einmal über den ganzen Park laufen, weil dieser blöde Weg dazu ist. Das macht, dadurch, dass man mehr geht, kriegt man Hunger und braucht noch mehr Essen. Da will ich, dass Sie am Scream hören. Wir sind hier. Hier ist eine Show. Hier sitzen 800 Mann. Das heißt, alle machen mit. Keiner drückt sich. Wie ein Mann. Hier eine Einheit. Man kann es nicht mehr, auf den ganzen Park laufen. Wow, forget this thing. Also, ja, wir haben jetzt gerade unsere Abschlussfahrt auf Kraken gemacht, hatten noch eine spontane ERT-Blaut und wir wollten noch ganz kurz zum Schokohasen zurückkommen, das ist übrig. Nicht mehr viel, das schaffen wir heute noch. Viel weniger als ich erwartet habe und ja, die Dreharbeiten sind hiermit beendet. Tschüss.